Musik Mit Silvia zu arbeiten ist immer sehr unkompliziert, weil es eines der nettesten Menschen, die ich kenne, muss ich wirklich sagen. Sie ist nicht nur unkompliziert, sondern sie ist auch belastbar und sie geht einen ganz harten Weg. Denn, was ich auch auf Mallorca mitbekommen habe, im Partybereich zu bestehen, auch noch als Frau, das ist sehr, sehr steinig, der Weg. Du brauchst halt Riesenhits, sonst singen die dich von der Bühne. Und sie besteht diesbezüglich schon seit wie vielen Jahren? 2005. Ja, also hallo. Also er hat ja, glaube ich, nicht so viel Zeit in Luzern, aber ich glaube, der kennt die Schweiz schon recht gut, was er mir einmal erzählt hat. Und wir haben einmal etwas Schönes zusammen untereinander, weisst du noch, die schöne Heißloch-Ballonfahrt. Wo war das eigentlich, die Heißloch-Ballonfahrt? Zum Backensee. Das war toll.